Mango Oma? Christel ist die Mango Oma und Mango ist die Mango Oma. Auf geht's! Go go! Wofür campen wir uns? Da oder da? Wir müssen hier suchen. Ja schon klar. Wir müssen uns so eine Runde campen. What? 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 Welcome to Summoners Ring. Nichts. What? Ich hasse mein Leben. Das wollte ich dir mal sagen. Ja. Jetzt hab ich meine rechte Maus das wieder irgendwo hingemacht. Jetzt kann ich wahrscheinlich im Shop nicht mehr hin zu kaufen. Da war gerade eine Evelyn im Links. Ich bin Evelyn! Ich muss über die Lane laufen! Ich muss EP leechen! Ich will jetzt hundertprozentig EP leechen! Ich bin Evelyn! Ich muss das tun! Ich bin der Winther! Ich bin der Winther! Ich bin der Winther! Das kannst du jetzt sogar Empire Voy choppingeln ausmachen, weil du voll laut bist! Fuuu Ja, nix fuuu ja es so以上! Ja, einfach fuuu Wu fewuu! Christelle, lauf nicht so weit nach vorne! auf, hm ich hab was gefunden. auf die nächste auf die olle zippe hier mal schauen ob der eventuell timo ist xd ist das lustig dass ich gestorben bin nach nächster gar nicht wir brauchen worte wer stirbt muss wort kaufen jeder andere natürlich auch aber wir zuerst muss erst wort kaufen ok ich greife mit rechter maus das hat wunderbar lass mal ja christian du musst vorgehen ich bin hier schon ansuchen wie zum behinderten da war ich doch schon die sind da nicht ja wir brauchen erst mal kills kipps ja was erstmal kippen können wir den kippen das war nicht schlecht da war ich schon da war ich schon da ist er wirklich da war ich schon ist egal ist alles raus da ist ja aber ich finde bitte wow gut job wow gg gewonnen ist das lustig dass man hier kampen genau Ecke. Aber gern doch mein Schnuckelchen. Los, ramm mir deinen Fuß in. Naja egal. Achso? Nimm mal mit. Hier ist Nidale. BAM BAM BAM! Will noch jemand herkommen? Gerne, gerne. Ich glaube der Timo ist auf die andere Seite gelaufen. Geht mal durch den Tower. Nein nicht durch den Tower. Ich und und, ja ich bleib mal hier. Ja ich bleib auch hier. Geht ihr rüber. Na? Na du kleine Nutte du? Mehr als ein Ding zu schmeißen kannst du eh nicht. Wow, das liegt gerade hier. Erstmal schön über die Lane laufen. Na gut, war ja. Man. Bad Flash. Oh, jetzt haben wir so ein super... Loi. Bad Noob. Timo war da oben. Da oben. Lass ihn wieder einfach. Hast du noch einen New Card? Na hab ich doch. Chill, chill. Ich hab nur noch 3% Spellwamp. Oh, 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 oh. Okay, da ist Timo, 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 auf Timo. Kirito, go, go, go. Kostens was mal, nice. Oh mein Gott, ich lach vor. Wurde ich gar nicht. Good job. Zwei mal schon gestorben. Egal, dass ihr eigentlich sterbt, das ist egal. Kauft euch ein paar Worts und dann wartet die Kacke da hinten alles. Ich glaube, da kommt es gleich hier wieder runter. Nein, das glaube ich aber auch. Erst doof wenn er von da kommt, dann sieht er uns halt. Aber, naja, was soll er machen? Die Bestzeug darf er ja nicht. In Office-Sightline auch nicht. Also darf er nur von da bis da oder hier runter. Wenn er von da kommt, dann töten wir näher. Dann machst du von deiner Kuh hier so da hin. Dann vielleicht dich mit da hin, machst dein Ding Leid da hin, mein Kuh da hin. Du kannst aber auch von da nach da hin machen. Oder du kannst auch von da da rüber gucken. Ich nehme von hier. Achso. Da, von da. Aber ich stehe jetzt gerade nicht. Da kommt es. Wow, really? Wow. Dann fail Kuh. Und dann eh tot. Nein, gib ihn mir. Nein. Was ist das? GG. Ja, das war's. Lass mich sie durchpushen. Nein, sie werden eh nicht alle lieben. Das ist völlig Latte. Da sind die Regeln. Noch mal wieder ein tolles Match. Ja, kennt man ja schon. Allein, dass das nach 5 Minuten vorbei war. Ja, find ich geil. Die werden eh nicht alle lieben. Also die eh 100%ig nicht. Also können wir ruhig pushen. Ja. Aber das geht ja fix. So ungefähr, die uns nicht dran hindern. Ja. War echt ein spannendes Match. Muss ich sagen. War, war, war respektabel. Kirito war super wunderbar. Geile Teamarbeit. Guck mal, komm, komm. Komm, spiel ich wieder mit. Ist alles wieder nach ein paar Minuten. Ah, laber doch nicht. Wir hatten das auch klingt. Heute seit 10 Minuten. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, wer denkt. Oh, die wird jetzt kommen. Hat der auch irgendwie einen Tau über für Schaden, Mann? Oh, mein Fell. Weg, also. Also Kirito, das heißt nicht nett, ja? Kirito, kann zu reden? Nein. Okay. Nein. Ich dachte schon. Ich dachte schon, ich hätte dich irgendwann mal gehört. Toll. Ich muss noch. Chill. Ich wollte ihn einfach nur machen, um ein Scheiß-Attack-Speed zu bekommen. Aber nein. Ich dachte nicht mehr. Kommt, OP-Bild. Wow. Oh. Hör dir diese Klinge an, Alter. Die ganze Zeit die Klinge. Bam. Bam. Oh. Hör dir das nicht göttlich an, Alter. Ich hab Ton aus. Bam. Bam. Ich hab Ton aus. Ich hab Ton aus. Bam. Bam, dann mach ich dann. Bam. Nee. Nee. Boah, ich geh ganze 16 Leben wieder. Oh. Möchtest du mal eine EW-Kombo? EW. EW-Kombo? Alter, wie geil sich das anhört, Mann. EW-Kombo? Ihr braucht ein paar lange zum Pushen, Mann! Warum macht euch das so wenig Schaden? Na Mango könnte seine Pflanzen nutzen. Vielleicht. Oh, jetzt habe ich schon mein geiles Geräusch. Klick. Klack. Klick. Klack. 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 Nein, nein, nein... Ich habe ein kleines Problem. Nimm! Die Wind jetzt töten wir wahrscheinlich gleich. LOL! 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 Duuup! Nein, komm mal super mit. Da ist Temmo. Temmo? Temmels? Mann, komm mit. Oh, maaaannn! Ich geh in Katzen. Mann, die Wind ist okay. So, ich bin fertig. Ich brauch nichts anderes. Kirito, Vorsicht! Jetzt reconnecten die alle. Ja, weißt du, sie halten uns wieder alle auf am Pushen, weißt du? Ist mir auch egal. Dann geh ich jetzt B. Ciao. Ja, versuch ich ja. Dustnach Mikanya, auf die Tower. Duишь den ahí? Oh Team, oh mein Gott. Was gilt? Oh mein, jetzt kommt eine Evelyn, ich kann kosten. Und ich überlebe es eventuell? Ich habe es überlebt. Der Ignite. Der Noob. That Eve. GG, komm noch eins. Komm Mango, der mich nicht hört, komm Mango, mach noch eins auf.